So, 321, willkommen zurück zu Two Point Hospital. Folge weiß ich jetzt nicht mehr genau. Vielleicht Folge 10, vielleicht 11. Ich brauch auf jeden Fall noch den Ausweis da hier. Geisterjäger und Instandhaltung. Klingt gut. Rein da. Wir erhöhen auch direkt mal dein Geld. So, wir haben etwas Platz jetzt. Hier vorne im Krankenhaus. So. Wir bauen gerade ein bisschen um. So. So. Denn ich möchte dieses, äh, diese Arztpraxis nach hier unten verschieben. So. Achso, da haben wir Bilder verloren. So. Dann müssen wir die Bank hier hinpacken. So. So, das sieht katastrophal aus, aber kommt. So. So, jetzt bitte mal ein wenig Enthusiasmus. So. 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 So, korrekt. Ein kleiner Patientenstau hier vorn entstanden. Verarbeiten. Was noch mal hier hinter? Die Tür bitte hier hin. So, jetzt auch. Ich glaube, jetzt bin ich zufrieden mit dem Grundriss. Oh, nix. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erreiche Krankenhaus Stufe 10. Rumor hat es, dass es ein 9ft halb Tiger, halb Rhino. Mit einem großen Appetit. Und ich denke, du musst nicht ein Ticket kaufen, um es zu sehen. Mal ein bisschen was reparieren lassen hier. 17 Patienten. Oh, oh, oh. Brauche ich hier noch irgendwo ein kleines Arztzimmer hin? Zimmer. Arztpraxis. Da 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 da. So. Noch ein Aktenschrank. So. Abfalleimer. So. Die Ecke. Feuerlöscher daneben. Desinfektionsgedöns. Die Pflanze hier hin. Und eine hier hin. So. Apfaleimer. So. Dann müssen wir aber noch jemanden einstellen. Patientenbetreuung. Verhandlung. Pflanzen brauchen Wasser. Ja, das wissen wir doch. Patientengehalt. Reinigungsrate von 70 sollen wir schaffen. 95. Hatten wir. Pflanzen. Muss die repariert werden. Wahnsinn. Revarieren. Gott, oh Gott. Sieben. Arztzimmer, Arztzimmer, Arztzimmer. Janitor. Please repair Harbracer. Wie sieht es hier drüben auf Station aus. Nicht viel los. Nachwuchsschwester. Oh. Update. Belohnung. Achso, das war wo die Radiotante da war. Sondermeldung. Sehr gut. Wir haben ausreichend viele Patienten in Gruppe geheilt. Unseren Ruf geholfen und wir erhalten eine Belohnung. Heile fünf Patienten. Wir haben ausreichend. Durchfall. Verhandlung. Apotheke. Okay. Okay. Dann müssen wir nur noch unser Krankenhaus irgendwie attraktiver machen. Entleuchtung. Entleuchtung. Pflanzen. Topf. Hm, nicht schon groß. Der Reitercharakter. Komm. Töpferei. Ich bin informiert, dass die lokalen Bibliothek eine neue Politik dieser Woche implementiert wird. Der Head-Librärin Penelope Staffage, zufrieden von so vielen Leuten, die vergessen, dass die Bücher zurückgeben werden, ist gefährlich, um in unsere Hände zu schlafen, und alle überdue Volumen zu retten, während wir schlafen. Die Töpferei passt hier schon mal nicht hin. Entleuchtung. Entleuchtung. Was könnten wir noch für ein Zimmer bauen. Toilettenentleuchtung. Entleuchtung haben wir auch schon zwei, Kardiologie Ackenschwank Abfalleimer Feuerlöcher daneben Desinfektion Trinkbrunnen Ihr müsst ja hier Spott machen Pflanzen Pflanzen sind immer geil Poster Entleuchtung Entleuchtung Werden wir jetzt unser Krankenhaus wieder mit Postern auf Diese beschissenen Tricks Aktuelle Attraktivität Boah So 64% Okay 1% noch 1% noch Cheng Poster Waren wir hier eine coose Betten station hin irgendwo Ach Kardiologe So, da müssen wir da auch irgendwie einen Arzt reinpacken, oder? Zimmer... Cardiologie... Statistik... Krankenpfleger einstellen... Krankenpfleger... Dü-dü... Platziersverwaltung... Behandlung... Behandlung... Diagnostik... Ach komm... Ich würde euch alle denken, wie ein Butterfly... schlappig schweigend schweigende Wände. Ist das nicht eine schöne Bild? In der Zwischenzeit haben wir heute eine 100% erhöhe in unsere Taxe. Erhöhen wir dein Geld... So, und jetzt... bauen wir noch... eine grosse... Station... Da, da, da... Da, da, da... Da, da, da... So, spinnt, machen wir, auch einen dahin, dahin, dahin. Hedern, spinnt, Aktenschrank, kommen auch zwei hin, Abfalleimer, Pflanzen brauchen Wasser, ja, das weiß doch Hedern. Feuerlöscher, Desinfektionsgedöns, machen wir da hin, Trinkwasser von, weiß ich nicht, brauchen wir sowas? Ein Patientenzimmer, ein paar Pflanzenschaden, stimmt nicht, so. Dann sind wir hier fertig. Deine Feier ist verdient, aber hoffentlich auch kurz, denn du musst wieder an die Arbeit. Mit wohlriechenden Grüßen, Dingsbums. Bonus, 30.200 Kudos dazu. Umtöpfer, Stufe 3, fortfahren. So, jetzt haben wir schon 735 Kudos. Verdiene 1000, Karriereziel erreicht. Oh, Beförderung. Wen können wir befördern? Nachwuchshausmeister. Befördern. Organisationsherausforderung, schon großartig, ich würde jetzt, ach hier Station, jetzt brauche ich erstmal, einen Krankenpfleger einstellen, der auf Station gut ist. Stationsverwaltung, Patientenbetreuung, Emotionalintelligenz, Mensch, das. Entschuldigung, Toilets need routine servicing. So. Krankenpfleger, jetzt schaue ich mal ein, komm, 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 wir haben wo einen Arzt, den ich mal, weiterbilden, weiterbilden, weiterbilden. Stufe 10, jetzt möchte ich hier, Personal. Bereit für weiterbildung. Bereit für weiterbildung. Auszeichnung, oh. Ist schon wieder ein Jahr rum. Da, da, und. Öffnen. Arzt des Jahres, Jimmy Eimann. Jawohl. Krankenpfleger des Jahres ist, ähm, Leeroy Powers. Hausmeister des Jahres ist, schade. Konkurrenzfirma, Konkurrenzfirma für uns. Öffnen. Und, Assistenz des Jahres, Ben Schmatz. Geil, 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 geil. Weiter geht's mit, Arbeitgeber des Jahres. Keine Todesfälle, das haben wir bestimmt nicht. Obie Stiftung, äh, Obie Stiftung. Krankenhaus mit dem höchsten Prestige. Wow. Wow. Lohr Bullocks. Nochmal. So, und das letzte Patientenpreis hat bekommen, jawohl, Lohr Bullocks. Wie geil. Sehr schön. Dann mal raus hier, ich will immer noch Weiterbildung machen, Stimmung, angenehm, positiv, Jobs. Perfekt, Ausbildung, bereit für Weiterbildung, ja, aber wie, 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 wie mache ich das? Statistik, Protokoll, Info, Datenansicht, nein, ich weiß einfach nicht, wie das geht. Weiterbildung, weiterbildung, Objekte, Optionen, neu starten, Einstellung, Steuerung, Schnellladen, Grundriss Entfernen, Grundriss Entfernen, Objekt, sein, Ausverziehen, Personal, Öffnen, Öffnen, Ansicht, Temperatur, Ansicht, Hygienedaten, Ähm, fortfahren. Muss ich irgendjemanden im Pausenraum vielleicht erwischen? Hier ist jemand im Pausenraum. Um, Details. Weiterbildung. Zurück an die Arbeit. Aufheben. Feuern. Gehalt prüfen, Jobs. Umtöpfer 2. Haben wir das nicht schon, Umtöpfer 2? Oh, ich kann ja auch Umtöpfer 3 machen. Ah, Scheiße. Wieso bin ich zu blöd hier eine Weiterbildung durchzuführen? Gut, ich beende erstmal die Folge. Ich sage tschüss und tschau bis zum nächsten Mal bei Two Point Hospital. Ja, Pause und tschüss und tschau. Ciao. Ciao.